Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Ich möchte gleich nochmal schauen, wo wir hier eigentlich hin kämpfen. Big Desert. Und hier geht es wahrscheinlich zum Melchor. Nein. Wo waren wir denn? Aha, müssen wir da... Da... Nein! Borrestube. Wo sind wir denn jetzt wieder? Fahrkarten? Was? Ich fahre immer mit den Fähren. Oh, das war zwar ihr als Kind. Nichts, gerade über eine schöne Bootfahrt. Die einfache Fahrt kostet 10 Gold. Aber es lohnt sich, garantiert. Ja, das glaube ich schon. Nur weiss ich nicht, was wir dort sollen. Sorry Leute. Ich habe noch keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Gutes Herrenhaus, Borrestube. Was ist es für eine Stadt? Wie heisst sie? Ich kenne das mal. Bootshaus. Komm. Wir brauchen noch kein Boot. Wir müssen zurück. Zu der Luca, eurem Portal hat es geheissen. Warum müssen wir Zeit verschwenden Exitus? Ich weiss es nicht, sorry Leute. Übrigens werden wir hier noch gesucht oder nicht? Egal, wir gehen mal auf der lehneren Platz. Da ist das Fest immer noch am abgehen. Das wird dann nie aufhören. Es wird immer fest sein. Wir gehen mal auf der lehneren Platz. Sind sie hier am Rennen? Einen? Ui, jetzt soll ich wieder ein wenig. Doch, die sind nicht mehr rum. Egal, es soll uns eigentlich nicht interessieren. Wir kommen zurück. Bis Ende der Zeit. Zum alten Mann. Oh, jetzt haben wir neue Portale. Was ist das? Ah, Lenas Platz. Friedensschlucht 600 vor. Hier müssen wir doch ein und hier lassen, was die Entstehung verhindern. Also, it could be. Okay, so. There we are. Back in the woods. Sie sehen genau gleich aus. Was hat's für Tiere? Ah ja. Da sind wir wieder. Ich habe jetzt gerade den Weg rausgedingselt. Ihr kennt's. Ihr wisst, was da am Abgehen ist. Da haben wir gerettet. Also, die Zehnanbrücke. Da steht sie noch. Der Angriff war noch nicht. Unsere Nahrungsvorräte sind verbraucht. Ist bereits Nachspuss aus Schloss Gardia eingetroffen. Ich weiss von nichts. Indem sie einen Schutzring um die Helden bilden. Äh, haben unsere besten Ritter die fändlichen Rinnene durchgebrochen. Durchbrochen. Hat der Hölderlei die Stärke? Um sie mit dem Magus seine Armee aufzunehmen? Tö, ich weiss nichts. Weiss nicht mal wo ich hin muss. Wahrscheinlich in das Schloss Die sind ja auch unsere Freunde. In diesem Schloss. Sie sehen uns, wie ich aus dem Wald durch bin. Wir sind am Schloss Ajo. Schloss Gardia. Halt, wer wagt es? Oh, hier sind's wieder. Ja, also wir haben hier rechts und alles. Von rechts her sind wir hier gute Freunde. EXITO HERR! Der legendäre Held ist endlich erschienen! Er ist gerade angekommen und spricht mit dem König. Hä? Der legendäre Held. Sind wir jetzt richtig? Sirus muss uns den Buben gesehen haben. O EXITO, ich habe mein Königreich im Stich gelassen. Da wir nicht wissen, wo Sirus steckt, ist der Bub mit dem Heldenamolett unsere einzige Hoffnung. Er sucht auf dem südlichen Kontinent nach dem Schwert, das Markus besiegen kann. Sirus, sagt mir nichts mehr. Gäbe mal Guckschuh. Im südlichen Kontinent. Jetzt sollten wir eigentlich den Switch umgelegt haben, dass wir nicht rüberkommen. Auf Brücke und drüber. Wir sehen uns sonst wieder bei der Brücke. So, da sind wir. Jetzt fragen wir mal, schauten wir eigentlich den Atten drüber oder nicht. Ah, müssen wir Nahrungs... Nahrungsvorräte holen? Ich komme gerade wieder. Ja, ich bin gerade das ganze Schloss absuchen und bin ich gesehen, dass die äh... alle recht verwundet und kaputt und was weiss ich. Ähm... Ich weiss jetzt, ob wir einfach nochmal zum König rauf müssen. Ich gehe jetzt mal noch ganz rechts schauen, jetzt sind wir noch gar nicht rein. Ja. Ah, Küche. Vorräte. Wir brauchen Vorräte. Duut. Ah, das ist mein Bruder, er. Das kommt davon, dass man denkt, dass man sei der Einzige, wenn man für das Land kämpft. Hey! Hör auf zu meckern! Werde erwachsen! Was für der König! Ich brauche Essen für die Leute unten, die am Kämpfen sind. König ist auch wichtig, aber... Ich möchte gerne weiter im Spiel. HOLD! Nehmt das hier mit! Ein Rauchfleisch. Und das ist für euch! Nehmt's! Eine Kraftpille! Und zeigt dem Narr, er möchte gesund zurückkommen. Ist jetzt das... ...der Food, das wir bekommen haben, verdunnen, oder? Würde ich sagen. Ich gehe mal schauen. So! Wenn ihr seht, hat es hier Kampf gegeben. Sir Exito! Ist das etwas für uns? Ja! Unsere Rationen! Der Koch, er hat uns alle gerettet! Ja, ich habe es gebracht, hallo? Sir Exito, wenn ich nicht zurückkehre, richtet mein Bruder sein Tankhaus. Bitte! Hä? Was ist da los? An Magus' Truppe sind so einen übergleichen Angriff übergegangen, sie zerbrechen uns Verteidigung! Hör auf mit der Heulerei! Das ist ja beschämend für die Ritter von den Tafellecke! Wir werden Magus' Truppe vernichten und unserem König Ehr erweisen! Aber sie sind in der Überzahl! Das ist unsere letzte Verteidigungsstaffel! Niemand darf sie durchdringen! Verstanden! Ja, los! Gehen wir helfen! Wir kommen! Wir haben alle besiegt! Wer bist du? Ich bin der Osi! Amogius, sein höchster General! Wer sich am Magus wieder setzen bekommt, es mit mir zu tun! Also komm Osi! Ja, meine Kinder! Lassen Sie ihr ein Verderben kosten! Ähm... Geh mal auf den! Ich habe mich nicht wirklich geheilt! Okay, brauchst du Magi! Es ist voll easy! Ähm... Du gehst auf den End! Ich mache eine Raketenrolle auf alle! Du, 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 du! Osi! Du bist im Urgegen Magi! Oh crap! Ah! Die sind Schatten! Ah, mämämäm! Au! Und er kann blitzeln! Gut, ähm... Gut, Renault... Ja, heil dich mal selber, komm. Du gehst jetzt mit physisch Schaden auf den und du physisch auf den. Ich weiss, das bringt ja zu viel auf dem Skelett, aber ich brauche jetzt Schaden auf den Osi. Ah! Ein Hit! Die Flöhe sind zäher, als ich gedacht hab, und du bist pussiger, als ich gedacht hab. Ja komm, bleib da. Hey, kann ich euch nicht retten. Heilt, trink doch. Warte noch du! Ich hab euch unterschätzt, aber das passiert mir nicht nochmal. Alright. Ja, selbe Taktik. Es ist aus mit euch! Du! Ah, du... Du gehst die Exter heilen. Und die Skelette ignoriert einfach, wenn das nur ein Zauber ist. Ja gut, komm, da darfst du. Ist okay. So. Bam! Es soll es eigentlich... ... gewesen sein, wenn er nicht stärker geworden ist. Okay. Ich glaube genau 200 wäre es. Verflüxt! Verflüxt! Ah, verflüxt! Stay here! So! Das ist es gewesen! Nein! Leg dich nicht mit dem Exit an! Oder du wirst es bereuen! Ja, Mann! Ja, Mann! Du siehst, wir haben einen Trinoe an Sides! Oh, was sind die Wummenbogen? Oh! Oh! Looks like boss time! Los, Zomber! Vernicht am Sir Magus seine Feinde! Ah, und er vertönnisiert sich. Okay, also erst physisch testen. Hat wahrscheinlich nicht vieles. Ah, auf Bein und Kopf getrennt. Noch mal... Ja, was muss ich denn jetzt zuerst? Ich gehe mal auf Bein. Eis heilt denn! Ja, ich muss es physisch machen, oder? Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Oh Mann! Mach' crit! Oh nein, hätte ich jetzt sollen heilen? Ja gut, halte ich schon aus. Wahrscheinlich, wenn jetzt irgendetwas Neues, Grosses kommt. Was machst du? Was willst du? Ah, ist schon wieder Exit, um... Ich weiss nicht ob er einfach stabil ist, Magie heilt und was kann ich, da kann ich nichts machen, ja ich muss es so. Schatten haben ja vorher die Kleinen auch geheilt, ich würde es lieber ungern aus testen. Aber wir können mal zusammen eine Raketenrolle testen und hoffen, dass es nicht zu viel Schaden macht. Äh, nicht zu viel heilt. Ok, die Beine heilt, ich checke es nicht. Verdammnis, verdammnis, verdammnis! Oh lord. Kommt er. Ja, mach du dein Zeug. Ich probiere jetzt nämlich ein Gewitter auf den Kopf. Nein, heilt auch. Aber in dem Fall der Roboter-Dings hat nicht geheilt. Ich check nicht, wie der Box funktioniert. Ich brüge ihn einfach physisch weiter darauf hinein, oder? Ich muss ja jetzt erst auf den Kopf, ich weiss es nicht. Oh nein, er heilt sich auch mal nicht. Das heisst früher oder später Fusser, Downcar. Mal schauen, wenn ich jetzt auf die Beine gehe. Ah, du gehst oben drüber. Soll ich auf den Kopf gehen? Ich weiss es nicht, ich habe da sogar ein Stirnband nicht an. Was soll ich machen, Leute? Einfach reinprügeln weiter so, oder? Auf den Kopf, oder? Verdammnis, verdammnis, verdammnis! Ah, das ist auch cool. Yes. Ah, er schwebt. Ich liebe so Geräusche machen. Komm, Parastrahl. Dann... ...muss der Robo schon fast in das Ender nehmen und es nervt. Also es nervt. Also es nervt. Eigentlich sind die Kämpfe sehr geil ausgeblasiert. Eben, man muss alles brauchen, was man findet. Das ist genial. RAAAAR! Huh? What was there? Warte, ich bin gleich rausgeflogen aus dem Rhythmus. Was hab ich gemacht? Äthergegen. Nimm's. Ich war schon wieder auf dich, du. Ist ja der Beste, ja ich weiss. Jetzt Party Rush. Okay, alles klar. Nett ist auch ein Angriff. Ich wollte einfach nicht, dass das wieder ein Konter ist. Los. Let's strike him. Mach crit. Nein, crit. Was? Auch noch MP Sauger. Gut, danke. Oh Mann. Schön. Also echt frech. Ja, das muss. Ausser wir kommen jetzt auf die Weltkarte. Nein! Ja. Gut. Ist das wieder Medina? Turinos Trauben. Ah, das sind Menschen. Okay, was es sich mit dieser Stadt auf dem südlichen Kontinent auf sich hat. Ob wir den Held finden. Das sehen wir das nächste Mal. Bis dann. Peace. Bis dann. Bis dann.